So, hallo und herzlich willkommen zur 39. Ausgabe von Tesla und die E-Auto-Schlagzeilen der Woche. Mein Name ist wie immer Christian und ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Und die heutigen Themen für euch sind E-Auto-Markt ist schrumpfende Nische. Shell schließt 1000 Tankstellen. Hier fährt bald jedes zweite Auto elektrisch. Neues von Fisca. Und Porsche Taycan. Batterieprobleme erfordern geduldige Kunden. Bevor wir mit den aktuellen Schlagzeilen starten, möchte ich die neuen Abonnenten begrüßen. Und zwar sind das 68 an der Zahl von letzter Woche. Allein 57 davon kamen von Tesla und die E-Auto-Schlagzeilen der Woche. Also von dem letzten Video. Das macht mich sehr froh. Ich bin sehr stolz darauf. Gerade für so einen kleinen Kanal finde ich den Zuwachs sehr gut. Ich hoffe natürlich, dass ich die neuen Abonnenten nicht enttäusche. Und immer wieder jetzt mit neuen aktuellen News für euch bereitstehe. Und wenn ihr dieses Video gut findet, dann macht einen Daumen hoch. Solltet ihr neu auf diesem Kanal sein, habt ihr jetzt unten die Möglichkeit, den Kanal zu abonnieren. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ich sag mal, jetzt geht's los mit dem Video. Und hier zum Beispiel ein Beitrag von NTV, der Börsentag. Experte. E-Automarkt ist schrumpfende Nische. Der Wandel hin zur Elektromobilität ist politisch gewollt. Und auch die Autohersteller stellen ihre Produktion zunehmend auf E-Autos um. Doch der Absatz lahmt. Einige Hersteller versuchen deshalb jetzt mit Rabattaktionen auf Verbrenner gegenzusteuern. Jetzt gibt es in diesem Zusammenhang wieder ein kurzes Interview mit Ferdinand Dudenhöfer. Der beschreibt quasi die Schwierigkeiten der Elektromobilität. Und dass die Autohersteller jetzt quasi auch wieder umschwenken. Beziehungsweise die Elektromobilität wirklich nur zur Zeit eine Nische ist. Also der Markt ist rückläufig. Die Leute sind immer mehr verunsichert. Und jetzt fangen also wieder die ersten Hersteller an, mehr Rabatte auf Verbrenner zu geben. Auf Diesel und Benziner. Sodass quasi auch die E-Mobilität oder die E-Autos immer unattraktiver für die Leute werden. Gerade in Deutschland ist ja noch die Verunsicherung recht groß. Weil an beiden Seiten immer gezerrt wird. Der eine sagt, nee, das ist alles nichts. Der nächste sagt, super, Elektromobilität, das muss sein. Und die Leute sind einfach verunsichert. Immer wenn was Neues kommt und man nicht wirklich zu 100% dahinter steht, dann weiß natürlich der Großteil der Bevölkerung nicht, was er tun soll. Und bleibt vielleicht bei Altbewährtem. So setzt zum Beispiel VW auf den VW Golf und erhöht hier auch nochmal die Rabatte im März auf 17,5%. Zum Vergleich beim ID.4 sind es zwar immer noch 21,7%, also mehr, aber die E-Auto-Förderungen wurden im letzten Jahr abrupt gestoppt. Das führte natürlich zu neuen Verunsicherungen. Die Hersteller haben zwar gegengesteuert und dann für die neuen E-Autos auch Rabatte gewährt, sodass quasi der Wegfall der Förderung aufgefangen wurde. Aber es bleibt natürlich trotzdem immer noch ein fader Beigeschmack und das schürt natürlich nicht unbedingt die Offenheit oder die Akzeptanz für was Neues, sodass natürlich die Leute immer mehr, immer weiter verunsichert werden. Und jetzt sagt sogar die Industrie, ja gut, pass mal auf, wenn der Markt irgendwo zurückgeht, dann setzen wir doch wieder back to the roots auf Verbrenner und hauen da jetzt nochmal ordentlich Rabatte raus. Und das, also schlimmer kann es im Grunde genommen nicht sein, wenn ich jetzt versuche, mit der alten Technik irgendwo noch Geld zu verdienen, hier Rabatte rauszuholen und das Neue dann schon wieder irgendwo vernachlässige. Das kann man natürlich machen, mittelfristig oder kurzfristig, um irgendwo sich auch noch liquide zu halten. Aber für die Zukunft, wenn man vielleicht dann auch nochmal nach links und rechts schaut auf der Welt, dann wird man wahrscheinlich ganz schnell merken, dass das die falsche Entscheidung ist. Denn es gibt durchaus Länder, die ganz anders denken und die voll auf Elektromobilität gehen und sich eben nicht so zweigleisig verhalten und die Leute verunsichern. So Leute, und ich sage euch ganz im Ernst, würde ich jetzt noch nicht elektrisch fahren, hätte ich nicht schon das Model 3 und das Model Y ausprobiert und würde total zufrieden mit der Elektromobilität sein und hätte mich mit der Thematik auch befasst, wäre noch nicht elektrifiziert, wäre noch nicht infiziert mit Tesla. Dann wäre es für mich wahrscheinlich, wenn ich jetzt gerade einen Verbrenner fahren würde, auch schwierig zu differenzieren, was ist jetzt wahr, was ist falsch, wo sind für mich die Vorteile, wo die Nachteile. Ich wäre auf jeden Fall definitiv mit der deutschen Herangehensweise total verunsichert und wüsste nicht genau, was ich tun soll. Und ich kann die Leute auch wirklich verstehen, die jetzt total verunsichert sind und nicht genau wissen, was sie machen sollen und wirklich noch auf den altbewährten Verbrenner setzen. Es ist einfach so, dass von beiden Seiten gezerrt und gezogen wird und am Ende bleibt man doch trotzdem in der Mitte irgendwo stehen und weiß nicht, was man machen soll. Und das ist eigentlich die Krux an der ganzen Geschichte. Wenn wir in Deutschland nicht alle am gleichen Strang ziehen und die Elektromobilität nach vorne bringen wollen, dann wird das nichts. Dann werden uns andere Länder überholen und dann wird es irgendwann düster aussehen. Und dann, wenn es hinterher dazu kommt, brauchen wir auch nicht mehr jammern und sagen, ja, die anderen Länder hatten Wettbewerbsvorteile, da wurde das mehr gefördert, gemacht und getan. Zölle hier, Zölle da, Strafzölle hier, Strafzölle da. Die Regierung steht mehr dahinter, es wird mehr gefördert, es wird mehr gemacht und getan. Nein, es ist einfach so, weil in Deutschland keine klare Linie gefahren wird. Es ist nun mal ganz oft so, anstatt dass man Lösungen sucht, werden Probleme gefunden. Und das ist einfach der Punkt, wenn eine Verunsicherung da ist, guckt man eher immer auf die negativen Dinge und guckt, was für sich vielleicht oder für einen selbst nicht so das Positive ist. Anstatt zu schauen, wie könnte man denn die negativen Dinge irgendwie positiv machen oder vielleicht vernachlässigen oder welche großen positiven Aspekte hat denn die Elektromobilität für mich? Nee, da wird eher immer so nach diesen negativen Punkten geguckt, die Reichweite oder die brennen viel zu schnell ab oder die Ladeinfrastruktur, die Preise sind zu hoch und was auch immer. Da so an Propaganda gemacht wird, aber am Ende werden wir mit dieser Einstellung verlieren, denke ich auf jeden Fall weltweit, denn andere Länder sind da schon weiter und setzen viel mehr auf Elektromobilität. Und komischerweise, obwohl die Elektromobilität anscheinend doch so eine Nische ist, kommen wir zur nächsten Schlagzeile, denn Shell schließt 1000 Tankstellen, stattdessen baut man Ladestationen. Der britische Energiekonzern Shell will sich stärker auf den Ausbau der Ladeinfrastruktur fokussieren. Bis 2030 sollen mehr als 140.000 neue Ladepunkte entstehen. Im Gegenzug werden pro Jahr bis zu 500 Tankstellen aus dem Portfolio genommen. Der ehemalige Öl-Multi Shell baut sein Geschäft radikal um. Im Vordergrund steht das Ziel, die Emissionen zu senken und so einen Wert für das Unternehmen und seine Aktionäre aber zugleich auch für die Gesellschaft zu schaffen. Bis 2030 soll das eigene Netz an Ladepunkten auf 200.000 Stück aufgebaut werden. Zugleich trennt sich der Konzern in den kommenden zwei Jahren von 1000 Tankstellen. So des Weiteren steht jetzt hier Abbau der CO2-Emissionen als Unternehmensziel. Zu den Plänen von Shell zählt auch laut teslarati.com auch der, den Ausbau von Offshore-Windparks und die Entwicklung von Fahrzeugbatterien zu unterstützen. Es gehe dabei zum Beispiel um spezielle Öle und Kühlflüssigkeiten, die dringend benötigt würden. Das geplante Investitionsvolumen für die Senkung der CO2-Emissionen beziffert der Konzern auf 10 bis 15 Milliarden US-Dollar umgerechnet 9,2 bis 13,8 Milliarden Euro. Shell will bis 2050 Netto-Null-Emissionen für alle Betriebe und Energieprodukte des Unternehmens erreichen. Wenn es doch so düster um die Elektromobilität steht und es wirklich nur eine Nische ist, warum baut dann ein Unternehmen, ein großes, ein riesiger Konzern wie Shell, seine Tankstellen ab und will dafür dann Ladepunkte erschaffen? Ja, warum will ein Konzern das tun? Ich sage euch warum, weil Shell nicht bescheuert ist. Deutschland ist nun mal nicht der Mittelpunkt der Erde und ist auch nicht der Mittelpunkt der Elektromobilität. Wir müssen uns ganz schnell anpassen, sonst bleiben wir irgendwo auf der Strecke. Und machen wir uns mal nichts vor. Nicht nur in den nordischen Ländern wie Dänemark, Norwegen, Schweden läuft die Elektromobilität gut. Nein, auch bei der nächsten Schlagzeile sieht man wieder, dass es eben nicht nur in den nordischen Ländern so ist. Hier fährt bald jedes zweite Auto elektrisch. Das Land erraten sie niemals. Das Reich der Mitte gehört wohl eher nicht zu den Ländern, die viele Menschen mit einer Vorreiterrolle bezüglich Umweltbewusstsein verbinden. Doch wie einer der internationalen wichtigsten Automobilhersteller jetzt bekannt gab, wird in China jetzt bald jedes zweite Auto mit alternativen Energien betrieben werden. Ist China ein Vorbild bei der Elektromobilität? Wang Shuang Fu oder so ähnlich. Der Vorsitzende und Präsident von BYD, einem der führenden chinesischen Automobilhersteller mit besonderem Fokus auf sogenannte New Energy Vehicles, Fahrzeuge mit alternativer Antriebstechnik, kurz NEVs, bejaht diese Frage. Die Hälfte der chinesischen Autokäufe bald mit alternativen Antrieb. China steht kurz davor, einen bemerkenswerten Meilenstein in der Automobilindustrie zu setzen, so Shuang Fu. Nach seinen Vorhersagen könnte die monatliche Durchdringungsrate von NEVs zu den klassischen Batterieelektrofahrzeuge, BVs, Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeuge, PHEVs und Brennstoffzellenfahrzeuge zählen, innerhalb der nächsten drei Monate die 50%-Marke überschreiten. Erst vor einem Monat wurde prognostiziert, dass dies innerhalb dieses Jahres geschehen könnte, doch nun scheint es so, als sei das Ziel deutlich schneller erreichbar. So, nun gut, man muss jetzt ganz ehrlich dazu sagen, es sind nicht rein elektrische Fahrzeuge, auch hier zählen dann beispielsweise Plug-in-Hybride mit rein. Also trotzdem, 50% ist eine riesen Hausnummer, ein riesen Meilenstein für China und ich hätte auch nie erwartet, dass die mittlerweile wirklich schon so weit sind. Und wenn man das einfach mal so mit Deutschland dann vergleicht und schaut und China ist nun mal kein kleines Land, dann wird einem klar, dass hier auf jeden Fall ein Umbruch stattgefunden hat und da auch wirklich die Zukunft hingeht. Und was Deutschland jetzt daraus macht, naja, das wird die Zukunft dann zeigen. So, und hier für euch jetzt nochmal eine Einordnung der Zahlen aus China, wie sich das mit anderen Ländern halt eben verhält oder mit dem Rest der Welt. Denn hier steht, Reich der Mitte liegt weit über globalen Durchschnitt bei NEV-Verkäufen. Die weltweiten Verkäufe von NEVs übersteigen im Jahr 2023 die 13-Millionen-Marke mit einer Durchdringungsrate von etwa 18%. In China hingegen wurden im selben Jahr rund 7,88 Millionen Einheiten verkauft, was einer Gesamtdurchdringungsrate von mehr als 35% entspricht. Damit liegt China deutlich über dem globalen Durchschnitt. Und jetzt steht hier zum Beispiel im Schlusstext, BYD wird brandgefährlich für VW und Co. Und hier steht jetzt weiter, umso wichtiger ist es nun, dass Volkswagen und Co. ihre zögerliche Aktivität hinsichtlich preiswerter E-Fahrzeuge aufgeben. Sonst dürften neben der bereits geschwächten Position in der Volksrepublik bald auch die heimischen Geschäfte noch weiter leiden. Kurze Werbung am Rande. Solltet ihr auch ein Tesla-Fan sein oder selber ein Tesla-Fan und ihr seid mit dem Auto sehr zufrieden, denkt euch aber, ach, ich könnte mein Auto doch ein wenig nochmal aufhübschen bzw. individualisieren, vielleicht ein paar Gimmicks einbauen, die mir gut gefallen, die es praktischer machen, in meinem Tesla zu fahren. Dann könnt ihr das, wenn ihr meinen Kanal unterstützen möchtet, beispielsweise im Shop for Tesla tun. Und da bekommt ihr auf jede eure Bestellung 5% Rabatt. Oder bei Tesla-Ausstatter, also www.teslausstatter.de, da bekommt ihr auch super Zubehör, Campingmatratzen, Campingausrüstung, Zelte, alles was damit zusammenhängt, beispielsweise für das Model Y. Auch hier bekommt ihr über meinen Rabattcode 5%. Ich packe euch die verschiedenen Rabattcodes unten in die Videobeschreibung rein. Guckt selber mal in den Shops, was für euch der beste Shop ist, wo ihr die besten Angebote seht und findet. Und dann bestellt über meinen Link einfach mit meinem Rabattcode und ihr erhaltet 5%. Dass es immer noch diverse Stolpersteine gibt und nicht alles rosig in der Elektromobilität läuft, zeigt eigentlich wieder die nächste Schlagzeile. Also es kommen wirklich sehr viele Startup-Unternehmen auf den Markt, die natürlich immer mehr Schwierigkeiten bekommen, sich bei den Big Playern durchzusetzen. Also es ist sehr viel Kapital nötig, um überhaupt Elektrofahrzeuge irgendwo herzustellen, zu bauen, zu entwickeln. Und damit kommen wir auch zur nächsten Schlagzeile. Denn hier steht, Fisker, Aktie vom Handel ausgesetzt, Gespräche über Kooperationen gescheitert. So das Startup-Unternehmen Fisker litt ja schon vor geraubener Zeit unter Geldnöten. Und hier wurde immer wieder versucht, halt Geld einzusammeln. Auch die Verkaufszahlen des Fisker Ocean waren deutlich unter den Erwartungen, sodass jetzt einfach auch Fisker wahrscheinlich die Reißleine ziehen muss. Und hier steht zum Beispiel, Gespräche gescheitert, Fisker Aktie vom Handel ausgesetzt. Das unter Geldnot leidende E-Auto-Startup Fisker rutscht immer tiefer. Eine rettende Kooperation kommt nicht zustande. Frisches Geld ist vorerst nicht in Sicht. Die Aktie bricht ein und wird vom Handel ausgesetzt. Experten halten eine Insolvenz für wahrscheinlich. Weiter steht jetzt hier, zugleich hatte Fisker erklärt, das Unternehmen verhandle mit einem Autobauer über eine Zusammenarbeit. Diese Verhandlungen sind nun gescheitert. Wie das Startup am Montag vor Öffnung der US-Börsen mitteilte, nannte aber keinen Namen. Für Gerüchte zufolge soll es sich dabei um Nissan gehandelt haben. Aufgrund des Abbruchs der Verhandlungen sei es Fisker nicht möglich, die Abschlussbedingungen einer Finanzierungszusage in Höhe von 150 Millionen US-Dollar zu erfüllen, die das Unternehmen Anfang des Monats mit einem Investor eingegangen sei, teilte Fisker weiter mit. Und wie stark jetzt beispielsweise Aktionäre Geld verbrannt haben mit der Fisker Aktie, kann man hier ganz gut sehen. Ich habe euch da mal zwei Screenshots gemacht. Hier seht ihr also deutlich, dass im Grunde genommen sukzessive der Aktienkurs stetig gefallen ist und mittlerweile sogar 99,42% im Minus liegt. Also wer damals bei Fisker eingestiegen ist, hat im Grunde genommen sein Geld komplett verloren. Ich muss sagen, der Fisker Ocean ist für mich ein sehr ansprechendes Auto, auf jeden Fall optisch. Ich bin in dieser ganzen Thematik, was die vermeintliche Insolvenz angeht, beziehungsweise die Geldnöte jetzt auch nicht ganz tief in der Materie drin. Ich habe zwar die eine oder andere Schlagzeile dazu auch schon gelesen, aber ich muss sagen, ich bin da wirklich jetzt nicht so der Hauptansprechpartner, wenn Fragen aufkommen sollten, wie es jetzt da so weitergeht oder was da alles so passiert ist. Also ganz wie gesagt in der Thematik bin ich nicht. Aber man muss einfach immer wieder dazu sagen, dass es viele Startup-Unternehmen einfach gibt, die natürlich Geldprobleme haben, die vielleicht mit den neuen Finanzierungen nicht weiterkommen, haben, die einfach dadurch, dass der Markt sich wirklich schwer tut in der Elektromobilität, auch ganz schön daran zu knabbern haben und jetzt eben vor der Insolvenz stehen. Laut Wall Street Journal habe Fisker im vergangenen Jahr einen Umsatz von 273 Millionen US-Dollar erzielt, bei einer Verschuldung von mehr als einer Milliarde US-Dollar. Fisker baute im Jahr 2023 etwas mehr als 10.000 Fahrzeuge und lieferte nur 4.900 an Kunden aus. Schlechte Nachrichten von unserer Vorzeige-Automobil-Marke aus Deutschland, Porsche. Porsche Taycan, Batterieprobleme erfordern geduldige Kunden. In diesem Jahr kommt der neue Porsche Taycan auf den Markt, der in mehreren Belangen besser ist als sein Vorgängermodell. Dieses verschafft sich aber derzeit neue Aufmerksamkeit, wenn auch keine allzu positive. Mit den Batterien in den bisherigen Taycans gibt es beim Zuffenhausener Autobau offenbar zunehmend Probleme. Und wie die Automobilwoche berichtet, kann es halt sehr lange dauern, bis eine Reparatur erfolgen kann. Denn jetzt hat nämlich auch Porsche zunehmend das Problem, dass wirklich auch der Markt quasi die Elektroautos von Porsche gerne hätte, wie zum Beispiel den neuen Macan, der wirklich ein sehr gelungenes Elektroauto ist. Zwar etwas teuer, aber es kam sehr gut an. Es gab sehr, sehr viele Vorbestellungen. Das hatte ich ja letzte Woche auch schon mal berichtet. Aber jetzt ist es eben so, dass auch Porsche einfach viel zu wenig spezialisierte Werkstätten für die neuen Elektrofahrzeuge hat. Vorher hieß es ja immer, nur bei Tesla gibt es dieses Problem. Die haben so und so viele Autos verkauft, aber die Werkstätten sind alle überfüllt. Und wenn irgendwas dran ist am Auto, muss man Ewigkeiten warten. Auch diese Probleme haben natürlich andere Hersteller. Es wird wahrscheinlich immer nur bei Tesla immer schön in den Vordergrund geschoben, damit man immer schöne negative Schlagzeilen hat. Auch deutsche Hersteller sind davon betroffen. Wenn natürlich die Elektromobilität langsam hochfährt, muss auch der Background stimmen. Und da müssen natürlich viele spezialisierte Fachwerkstätten her, um eben auch solche Fälle zu beheben. Bei Porsche ist man derzeit überrascht, dass es doch sehr viele Probleme mit den Batterien gibt. Und zwar ist es so, dass defekte Zellen müssen halt getauscht werden. Es steht hier zum Beispiel weiter, es gibt viel zu viele Probleme mit den Batterien, sagt laut Bericht ein Partner. Defekte Zellen müssen getauscht werden, seien aber oft nicht so ohne weiteres verfügbar. Es gibt mittlerweile schon diverse Mutmaßungen, was denn da los sein könnte mit den Batterien von Porsche. Eine Mutmaßung zum Beispiel geht in die Richtung Ladegeschwindigkeit. Also vielleicht ist es vielleicht doch etwas forsch gewesen, wie schnell teilweise die Batterien von Porsche geladen werden können. Vielleicht sollte man da so ein bisschen mehr Puffer in dem verlassen und die Ladegeschwindigkeit reduzieren. Wie gesagt, ich stecke da nicht drin, ich weiß es nicht. Es könnte eines von vielen kleinen Gründen sein, die dazu führen, dass eben die Batterien vielleicht etwas anfälliger sind. Möglicherweise werden ja die Zellen doch zu sehr strapaziert beim Schnellladen. Was ich im Grunde genommen nur noch mal damit zum Ausdruck bringen möchte, alle Hersteller, jeder Konzern hat mit Sicherheit mit der Umstellung auf Elektromobilität zu kämpfen. Und es gibt immer wieder Stolpersteine. Nur man muss eben zusehen, dass man diese Probleme in den Griff bekommt und nicht einfach den Kopf in den Sand stecken oder vielleicht wieder auf die alte Technik zurückgreifen. Ich denke, das hat im Grunde genommen auch hinterher keinen Sinn mehr. Wir müssen einfach zusehen, dass wir auch in Deutschland an einem Strang ziehen, die Leute nicht weiter verunsichern. Und auch du, du hast vielleicht noch kein Elektroauto ausprobiert, dann mach es doch einfach mal. Leih dir ein Elektroauto aus und guck einfach mal, wie du damit zurechtkommst. Leih dir vielleicht nicht das mit dem kleinsten Akku aus, sodass du sofort wieder angepisst bist, wenn du nur 150 Kilometer weit fahren kannst. Leih dir eins aus, was wirklich schon so ausgestattet ist, dass man 300, 400 Kilometer damit fahren kann. Leih dir das Auto aus, was dir am besten gefällt. Leih dir die Marke aus, die dir am besten gefällt. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch alles Gute. Ich bedanke dich mal wieder recht herzlich fürs Zuschauen und sage bis demnächst. Euer Christian. Peace.